Wir sollen einmal und einfach mit den Händen sprechen. Alles was den Weg blockiert hat, soll weggerufen werden. Amen. Und be assured, in my heart, that you are the living and the children. The hair of God is full of the need. The way it's in the air is in the end of the day. Exit to God.